Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal. Heute machen wir das 22. Töhrchen auf dem Nivea Adventskalender. Das 22 ist... Hier oben. Wir schauen mal was drin ist. Oh, das ist gut. Es ist ein Nivea Gesicht zu gerieben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Like. Lasst unbedingt ein gratis Abo an. Ich freue mich für alle neue Abonnenten, die ich bekomme. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Empfehle doch meinen Kanal bitte euren Kollegen, euren Verwandten und euren Bekannten und euren Freunden weiter, wenn ihr es cool findet. Ob das Video dürft ihr natürlich auch teilen, wenn ihr wollt. Ich melde mich dann später nochmal. Es werde jetzt, weil ich fertig gehe. Nicht aus Längeln, sondern aus Freude. Zwischen ein ganz kurzes Video kam von mir. Vom Alltag, das ich so ein wenig mache, das ich mit euch teile. Es ist natürlich nicht ganz alt, was ich mit euch teile, aber es sind viele Sachen, die ich mit euch teile. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ich habe euch alle mega fest gerne da aussen. Tschüss zusammen, bis später.